Hallo und Willkommen zu einer Runde Survival 6 auf dem Andrittern.de Ja, heute spielen wir mal einfach dahin und schauen wir mal ob es was wird. Okay, schon mal eine gute Sache am Anfang. Und ich geh mal die Enyad Hotel hinüber. Okay, die Hose haben wir. Passt alles eigentlich. So, wenn der jetzt rein geht, mach ich einfach zu. So, der kommt nicht mehr raus. Glauben zumindest. So, und jetzt noch die Tier, die Tier drüben. Upgraben. So. Ja gut, jetzt haben wir ziemlich gutes Tipp. Und jetzt können wir einfach kämpfen. Und ja, ich hab gesehen, auf mein vorletztes Video wurde ich nicht exportiert. Und ich sag nur Applaus, Applaus. Sehr gut. Bei mir ist es eigentlich so ziemlich egal, ob es gibt es jetzt passiert. Solange... Okay, hinten ist ein Team. Okay. Muss nicht. Please. Okay, hab ihn. Okay, hab ihn noch. Okay, mir ist es nämlich so ziemlich... und jetzt rede ich weiter. Mir ist es ziemlich egal, ob ich... ... ein bisschen kurz zu gehen oder gerne will. Eigentlich ist mir das... ... einfach. Weil es sowieso nichts bringt. Eigentlich nur... ... verbrauchte Zeit von denen. Oh, ich hab meine Schuhe weggeschauten. Und das war mein Handy. So, ein A verlesen. Wo sind denn die anderen Gegner? Die würde ich gerne auch nachher weg beginnen. Hm. Na, ich verzaufe dann mal. Ja, Schärfe. Perfekt. Okay, da vorne. Luki, Apti. Spielen hier ein bisschen mit Feuerzeug. Und er hat eine Angel. Oh, wie die Treffer. Alter. Oh, wie schlecht. Oh, okay. Hab ihn. Ganz knapp. So, dann ab zu essen. Der bringt nichts mehr. Und ja. Wieder mal ein Video mit Stimme. Nein, natürlich. Aber weil ein Mikrofon eigentlich gut war. Doch es geht jetzt wieder zum Teil. Doch es ist immer noch leise. Das tut mir ziemlich leid. Und dafür kann ich nichts erfüllen. Aber ich werde es in den nächsten Tagen irgendwann mal belegen. Denn ich kaufe mir ein neues Mikrofon. Und ja gut. Und jetzt spielen wir die Runde noch fertig. Ganz gemütlich. Und. Vielleicht gewinnen wir sie ja noch. Und ja, wenn wir aufnehmen will. Ähm. Dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ist mir echt. Oh. Ich muss nicht davon laufen. Okay. Abschlauben. Uh. Den habe ich noch bekommen. Komme ich den noch? Bekomme ich den? Komme ich den? Oh. Den bekomme ich auch noch. Und den noch? Okay. Den glaube ich nicht. Tschüsschen. Okay. Dann finde ich ja jetzt mal das Essen schon. Okay. Okay. Los geht's. Okay. Gehen wir auf den da. Der werft ziemlich gut. Oh ne. 10 Team. Boah. Urhebs. Team? Okay. Ähm. Wenn ihr die auch noch mal seht. Teamer. Und der Fisch. So. Wenn ich jetzt verliere, werde ich die auch noch mal trotzdem nehmen. So. Okay. Ne. Ich schaff's. Ja. Auf jeden Fall sie haben ge teamed. Ich habe auch noch mal. Oh. Nein. Komm schon. Ja. Den haben wir auch noch. So. Weitere fähig. Ja. Und den letzten. Den dürften wir auch haben. So. Und ja. Das war's mit diese Runde und ich hoffe ja es hat's gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da. Wenn ja, lass den daumen nach oben da unternommen. Und tschüss.